ein kleines haus verlassen okay kommen wir noch mal mit ihr reden kann man nicht nice breakfast david you're back already i have to take a nap after writing up vandalism reports last night what happened some little shit-ass punks broke into the swimming pool this is what happens at these pc bullshit colleges entitled students taken over the campus do you know for sure it was black whale students who else would do it and i'm gonna bust them figures you'd be here is that your rachel amber halloween costume you know more about her than me no you and chloe think you know more than anybody like all teenagers leave max alone david stop threatening students passive aggressivität in so off to me don't start chloe not now yeah i'm just always starting shit right you're a total paranoid day not now chloe used to call me a loser for getting kicked out of blackwell so who's the loser now david who haven't you accused or harassed between your investigations and rachel and kate what have you done besides get in trouble niemals für david you're a bully david i saw you harass kate marsh when she was going through hell you could have totally helped her everybody at blackwell is a suspect except for that's why the students and faculty don't like you you even hit your stepdaughter i do respect your service but you don't respect anybody chloe was doing drugs that's illegal so is spying on people in your family and at your work why do you have photos of kate marsh and rachel amber in your files anyway what is this true max yes david why do you have these files at all i find this very disturbing i do not have to take this kind of interrogation not from you punks maybe you should calm down oh you're turning on me now huh course women always stick together well screw you david this is almost sexistish you can't kick me out of my own home it's my home david paid for and in my name you know the law right i i thought i knew a lot of things like when i'm out flanked have a nice day chloe for once just please shut up i hope you don't want to see or hear you again max you've hurt me and my family enough he's pissed me now from here my ass max that gave me chills and you better not rewind this one no fire fire listen when i went through david's laptop i found pictures of rachel and frank being more than friends right no way max she was just posing to tease frank if you Wenn ihr nicht glaubt, dann schauen wir, was Frank hat in seinem R.V. Was ist das? Frank hat Rachel's Bracelet. Was hat er noch in da? Der Böse besser nicht mehr haben. Für seine Sache. Wir schauen uns die Tür. Frank ist so verletzt, er manchmal verletzt ihn. Ich kann nicht glauben, dass du mit ihm hattest. Nicht mehr. Wir müssen hier als Casual ninjas sein. Schipholz! Okay, hier ist der Plan. Ich gehe nach dem Diner und fangst Frank, indem ich ihn habe das Geld, aber er muss mit mir kommen. Dann kommst du in und rewinde, damit Frank nicht mich sehen. Dann kannst du Frank sagen, er muss nach dem R.V. und dann rewinde, nachdem du den Key und... 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 Nein. Chloe, ich habe das. Ich werde zurück. Ich weiß nicht, wo unsere... Ich weiß nicht, wo unsere Sachen so... unsere Kraft so missbrauchen sollten. Ich weiß nicht, wo unsere Sachen so... unsere Kraft so missbrauchen sollten. Aber deine Mutter... Und ich wissen, dass du alles in deiner Macht Stehende getan hast. Manche Dinge liegen einfach nicht in deiner Hand. Und zum Relaxen nach Hause kommen und hier auf eine... Hier auf eine Schule gehen möchtest, steht dir die Tür immer weit offen. Kuss, Papa. Danke, Papa. Es war hart hier. Ich bin noch nicht zu weit, nach Hause zu kommen. Bis später. Max. XOXO. Okay. Ich hoffe, sie findet einen schönen T-Bone, um den Kugel zu halten. Mhm. Locked. Okay. Ich brauche mal einen Schlüssel. Ich kriege mal einen Schlüssel her. Was ist das? Ach, witzig. Hm. Hm. Das ist so creepy. Ich bin großartig. Was ist das denn? Guck auf alle diese Flasen. Es ist so schade, dass niemand sie les hat. Guten Morgen. Wie sind die Fische heute? Ich frage mich. Erstens die Schnee, dann die Eclipsie. Was ist jetzt wieder? Der Tornado? Genau. Ich hoffe nicht. Vielleicht könnte es sein schlechter. Wir können eine von diesen Kalifornien Quaken. Ah ha, gehen wir rein und klauen die Schlüsse oder was? Ich könnte das Bier schocken oder es auf Frank schocken. Das Bier ist gross, also... Ich wollte nur sehen, was würde passieren, wenn ich das gemacht habe. Ich werde dich töten. Das war eine schlechte Idee. 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 Das wäre eine normale Stadt mit normalen Problemen. Das macht mich sehr schwer zu denken. Ich denke, Kate Marsh wird die Frau von Blackwell für ein paar Mal. Das ist so ein Wester. Das ist so ein Wester. Das war eine schlechte Idee. Wir alle erheben ihn für seine Service, aber er ist zufrieden. Er ist zufrieden für mich und Chloe zu sein. Das ist wahr. Er ranzigte über eine Stolen Gun, und dann habe ich mich verabschiedet. Jemand ist immer wieder zu holen. Versuchen Sie jemanden, Lieutenant Caulfield. Was kann ich für dich machen, Max? Ich dachte, Nathan Prescott verreste Blackwell. Ich mache mich nicht zurück, was das Bacon ist. Sie wissen, was die Prescotts representieren. Sie nehmen über Arcadia Bay. Du bist nicht falsch, Max. Ich hörte die Prescotts arbeiten auf ein paar neue, große Landeienste. Herr Prescott hat meine Familie einmal ein bisschen vor, also habe ich mit ihm ein Problem, das ich nicht ausfüllen kann. Mann, wenn ich ein Instant-Replay in der Welt bekomme. Ich hätte erst mal meine Frühstück. Okay. Ich werde es mal probieren. 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 Du bist total verrückend. Ich werde es mal probieren. Ich werde es mal probieren. Wir sollten das Spuren durchbauen. Wir werden wirklich dringend. Aber es war lustig. was the fuck now david madsen is looking for that gun he might show up on your rv step oh i'm trembling i don't need to take his little museum piece could i get you to drop chloe's debt are you supposed to be a smart student you'll find out if you do me this favor thanks god mother but i don't need your favors and chloe doesn't get any from me has a lot of help so i get my keys and don't throw anyone down we'll chat later max we'll talk later max i shouldn't have said that i'll need to looks tasty but my need for keys comes first rachel whatever the fuck oh look max amber nice outfit by the way thanks for getting me fucking expelled you tweet bitch lucky this is a public place considering we're in a public diner with a police officer right over there you shouldn't advertise your rage prescott oh yeah you shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principle hmm i bet you hoped that kate mars would stay quiet idiot says what did you drug her you were so stupid max you think you're so goddamn smart too don't push me girl you don't want me for an enemy understand do you calm down we're in the diner right plus you're an adult now i can sue your dumb ass for libel thanks now fuck off dyke yeah we're talking about not more with him no reason to go now what no need to go there now but we should get the keys to the end but that doesn't explain the recent extreme weather patterns hmm what the fuck now how do you get the keys to the end how do you get the keys to the end do you have to speak with Nathan or something i do very much holy shit what do you want now your sugar daddy will always protect you and threaten me you don't know shit about my father or me nobody here does then tell me what i should know why so you can pretend to care hmm spoiler alert maybe i can help you i don't need you for anything except to stay out of my fucking business understand now get out of my face then it's clear, Malfrey let's tell you my father holy shit what listen Nathan i'll take back everything i said about you if you hook me up with frank know what i mean you look like you've never even taken a hit of baby aspirin how do you think i stay wired all night studying so is it a deal or not calm down hard up deal you'll get your school supplies just go over frank and whisper higher education you'll hook your ass up mm-hmm okay what the fuck now by the way frank i was wondering if you had any um higher education oh yeah sure do you want the after school special to go with that jesus look i don't sell anything but bottles to feed me and my dog i work for a living not like you spoiled black whale punks with too much time on your hands but but nothing don't ever ask me for anything ever again ever i'll back off well that was nothing let's go now a new outfit and leave me alone i shouldn't have said that i need the room no reason to go now how far should we go back i don't know what the fuck now it works well not it works well it looks good it looks good a moment help and speak i bet frank hooked you and rachel amber up with party supplies nice try rachel party like a fiend on her own more than me i have tried it like you would know virgin even that pig over there knows rachel hung out more with frank i mean don't talk to the cop about that dumbass okay we'll chat later max what option do we have now what the fuck now what the fuck now by the way frank but but nothing what's wrong what's wrong here Wir springen den Zeitdampf ganz zurück Wir müssen noch mal ganz am Anfang reinkommen Wir müssen noch mal ganz am Anfang reinkommen Wir müssen noch mal ganz am Anfang reinkommen Du bist sehr, kleine Mädchen Aber du bist mit Chloe, zu spielen, zu spielen, und zu dressen wie... By the way, Frank Ich habe mich gefragt, ob du... Um... High- Aber... Aber nichts. Keine Frage. Keine Frage. Schau mal ein neues Outfit. Schau mich allein. Verdammt. Ich habe ihn wirklich verdammt. Ich muss zurückgehen. Was ist? Das haben wir versucht, aber das bringt nichts. Hoffnungslos. Was sollen wir denn tun? Das sind die beiden Sachen, die wir machen können. Ja. 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 Was kann ich für dich machen, Max? Nein, nein, nein. bett he trained that poor thing on blood i would it where did he get the pop frank used to bet on dog fights at least credit he had a revelation he saved a bunch of dogs kept one for himself he still creep you and that chloe stay away right kann man helfen aus dem herrn und was rauskriegen i heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and frank bowers like a babysitter bullshit my dad doesn't hire he owns and these pigs know better than to knock on me do they i hope that means frank won't get busted eventually he will guys into some freaky shit he told me once he took a weird blood oath for rachel forget i told you that seriously now get off my crack whore keep your pie holes shut ok now we have a few information we can use you act so scary but you did save all those dogs one i'm not acting that's going to be a great story you're an animal lover could i pet the doggy i could go grab him from your rv right now huh i won't even let you pick up the dog shit that was very good oh besides you don't want a leash you want these keys right here look at your eyes dilate you're worse than a junkie max but no fix for you okay the keys i'm afraid i'll have to take your keys now asshole you did not just do that give me back my keys bitch give me my keys now uh that was not successful oh we have the keys oh we have the keys quickly before you notice it Oh, das ist doch die ... der Name schüttelst du mich? Kannst du mit dir reden? Ich würde lieb, zu sprechen, Max, aber ich schwöre in Puddel-Skum. Dafür werden wir nicht zurückspulen. Das war aber anstrengend. Äh, Richtung Straße werfen? Ja, Richtung Straße. Oh, shit! Zurückspulen. Zurückspulen, 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 zurückspulen. Scheiße. Das wollte ich nicht. Das können wir nicht tun. Ich bin nicht einfach ein Hund. So, ich habe die Schlüssel. Ich kriege einen Parkplatz, natürlich. Aber lass uns nicht Zeit verlieren. Jetzt rein dort. Der Hund ist jetzt beschäftigt, aber er könnte zurückkommen. Ichke. Ich bin nicht schwer. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht hier imười Verkanzler Asia, Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher.